ja willkommen mein name ist dann über die uns begrüße euch zurück zuletzt ist immer noch in der lane so wie in den letzten vier folgen ja also wenn das rest ist die lc ist nur noch das hier ist dann weil ich auch nicht durchs nahe abschluss dann ist es halt nicht der abschließt das ganze projekt ist danach kommt noch folgt doch ich nehme an wir müssen hier lang weiter der truhe war übrigens nix vielleicht kommen wir noch zehn andere weitere schosse wo ich lang muss ich will einfach nur hier raus ich hab keine lust mehr auf diese ruine ich habe mich gerade wieder geheilt warum muss die flucht so lange dauern jetzt mal ernst und ich bin auch schon wenn er so weitergeht und ich bin auch total zum teufel glück habe ich gespeichert ich mag diese ruine nicht warum ist das hier so anstrengend durch zu gehen ich bin schon vier parts in dieser blöden ruine es ist ja auch nicht mal als wäre hier irgendwas es würde hier irgendwie was storytechnisches passieren irgendwie hier und da mal einen skipp wo die beiden miteinander rumbitschen und das war es dann auch die ganze zeit verfolgt uns jemand der gambling irgendwelche random bosse und ja als zwei stopper kommen neue gegner von denen ich mich auffrage warum hätte man dann nicht irgendwie mehr die gebiete machen können oder so aber ja erwähnt ich schon dass ich irgendwie meine review zu den dlc oder so geben kann im youtube mit 126 abonnenten als ob irgendein schwein irgendwie was gibt was ich hier sage aber naja wenn ich irgendwie ich muss schon sagen wenn ich 100.000 abonnenten hätte würde ich in den kommentarbereichen irgendwie so was hören wie ja was das stimmt gar nicht das dlc ist awesome die müssen einfach nur die ganzen armen rumzicken und so das ist auch gut daran dass ich noch so ein kleiner youtuber dann sieht wie es uns niemand den ganzen scheiß den ich vor mir gebe oder hört den ganzen scheiß den ich vor mir gebe dann einige leute dagegen wären ja ich kann mir eine abkürzung schaffen geil für den oh nein nein alter nur die ich freue mich gerade da habe ich mir eine geile abkürzung geschopft für jeden fall dass ich zu fuß hier wieder rausgehen will ich habe mich gemütlich herauszutelefotieren das wäre so ein mini raum mal gucken was dahinter ist nix geil vor allem ich sehe auch gar keine kräuter also überall sind kräuter ne nur nicht hier was da weiter liegt warum sind ja keine kräuter irgendwo wenigstens weil damit ich etwas hier aus dem dlc rausbekomme der hat mir nämlich bekommen ne super der weg ist echt so weit entfernt weil es sind im hauptspiel musste ich irgendwie nur so ganz langen gang gehen da waren wir schon in kamen lande hier muss ich eine nie endende ruine durchqueren mit 20 stockwerken da stimmt doch irgendwas nicht ja geschossen war neun ist das jetzt ne das scheint immer noch kein netz zu sein ich bin jetzt ich bin schon erdgeschoss 10 super oder ebene 10 was weiß ich wow aber ich weiß nicht was ich vom dlc erwartet hatte aber ich weiß nicht daher habe ich mir irgendwie nicht vorgestellt wenn ich jetzt hier 2-3 stunden lange in einem dungeon rumrenne das war ja auch warum ich irgendwie in einem part am anfang ich wusste was ich sagen sollte weil ich irgendwie nichts zu sagen hatte es gab irgendwie nichts zu sagen da ich habe jetzt schon wieder einen gangwerfer wo nichts ist das sieht aber auch irgendwie unfertig aus ne ich habe mich das gefühl das ist unfertig weil ich vorstelle die so viele dinger hier platziert haben und das ist jetzt sogar von den sackgassen ne ich werde jetzt von den allen getroffen und da ist nix gewesen und da ist nix gewesen und da ist nix gewesen und solche sackgassen hier ich bin jetzt von hier aus hier hingegangen so ein ganzes gebiet wurde jetzt hier programmiert ne und da war nix ok eine truhe entschuldigung tausendmal entschuldigt aber wisst ihr worauf ich hinaus will das ist irgendwie nicht gut ok besser als beispiel ich bin jetzt von hier hier habe ich das ganze gebiet gegangen und hier war noch eine schutztruhe hier hm glaube ich oder zwei weiß ich nicht der ist irgendwie verschwindet da kommt ich habe irgendwie dafür wir haben vergessen irgendwie Kräuter reinzupacken oder äh noch mehr Thron oder so irgendwie ich rede überhaupt nicht hinaus will ich habe noch keinen Bock mehr hier rumzubitschen wahrscheinlich gesagt alles gerechtfertig und so ne ich bin der einzige der irgendwie was auszusetzen hat am dlc auf der gesamten welt das ist mehr lust mehr da rumzubitschen ich gehe jetzt einfach hier weiter ich hoffe dass der dungeon irgendwann zu ende ist so eben drei vier parts hm 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 nahr 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 Da ist nicht froh, wie ich es riskieren. Ja, natürlich wie ich es riskieren. Reflex Schon einmal ein Gebrauchgegangen. Aber ob das auch noch mal passiert? Wir haben wirklich nicht zu viel Sackgassen hier packen sollen. Weil wir mal ein-, zweimal irgendwo eine Sackgasse haben. Das ist ja schön und cool. Aber ich habe mir dann 20 Sackgassen oder so gewesen. Ich kann doch nicht verlangen, dass der Spieler hier alles durchrennt. Die Spieler, die jetzt wirkt, hier jede Gasse irgendwie so abtatschen, ne? Weil die Teil jeder Gasse hier darf und dann jedes Mal erkennt, da ist nichts. Aber fast irgendwie nicht so komplett mit des gesamten Spiels. So, warte mal, ey, ja. Ganz gleichgewicht, ey. Vorbanier, ey, ey. Wieder eine Abkürzung. Ich bin klar, dass ich zum Fuß hier rausfälle. Ich habe mich gemütlich, rauszutreportieren. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich bin zum Rumbitschen. Nicht mehr, aber... Was soll's. Ich werde mir, ohne Scheiß, eine Review mal angucken von dem DLC. Nachdem ich seit DLC abgeschlossen habe. Oder wahrscheinlich nach dem Fall schon. Weil ich bin nicht schlecht gelaunt, nein. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Weil ich dachte mir, dass ich die ganze Zeit rumbitche, weil ich irgendwie schlecht gelaunt bin oder so. Ich bin immer gut gelaunt, wenn ich aufnehme. Ich nehme weil ich auch nicht schlecht gelaunt bin. Also ich bin mit annehmbarer Stimmung hier schon reingegangen. Ne, ich habe den Geschiss im Tag gehabt. Egal, ich mache heute das Motto an, war zu Hause den ganzen Tag. Ich habe gar nichts gemacht. Aber das geht immer noch weiter. Ne, ich denke, ich lasse irgendwie heute meine Frust raus, oder in den letzten 5 Parts. Ich bin bis jetzt jeden Kampf noch aufs Weg gegangen. Es ist auch schon mal was. Ja, ich habe immer noch 100 SK. Wenn ich vor meiner Aufnahme noch nicht geilt habe. Ja, mal schauen. Wenn ich jetzt mal den Mund auf mache. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache kommt, oder negativ ist. Deswegen habe ich irgendwie Angst, jetzt weiter zu drehen. Oh. Ja, ja, bloß da mal einmal kommen wieder. Ja, und zwar, durchgang zwei Korkommen entschuldigt. der gute ist die ganzen sachen werden ja aufgeregelt oder halbwegs weil ich ja so lange am laufen bin schon ich weiß nicht mehr was ich sagen soll ich habe keine ahnung was ich jetzt sagen soll ich liebe die tels aufspiele aber das hier ist weiß ich bin schwächter genau ich liebe die tels aufspiele seit ich die entdeckt habe zur zeit von tels bis peria was ich noch nie gespielt habe das hier ist anstrengend du bist der dinge der einzige schlauchte hätte mit einem anderen schwer verschmelzen kann muss man google macht es damit aus sich hat du hast glaube ich riefen schuhe oder so in der riesen schuhe habe ich schon gehabt er hat schon genug verteidung er braucht nicht nur noch immer bekommen aus band so wird das mit einem anderen band verschmelzt kann man davon jetzt auch so okay dann auch kleidungsstücke die verbessert werden können die ernte schon sind doch bestimmt gut bei den leute ja hat man sowieso wie blöd schaden also immer weniger verteidigung obwohl es glaube ich ist auch ein bisschen wenig dass wenn ich irgendwann nehmen was hier verteidigungen und aber da zum beispiel aber ich möchte nicht ihr geben weil nachdem die jetzt ist ja nicht mehr da nehme ich an so viel fokus ist glaube ich auch nicht gut als zu viel aber das verteidigungen und der fahrer verteidigungen So, wer ist nur hinter diesen Ruinen, ja, nur. Nur einen Katzensprung entfernt, der Katzensprung. Schon wieder umsonst hingegangen. Ah, ich trinke mal einen Schluck. Ich bezeichne mich jetzt nicht als professionellen Let's Player, aber in den letzten vier Parts fühlte ich mich am unprofessionellsten in meiner ganzen Karriere als Let's Player. Und das sieht nach dem Ende aus. Gott sei Dank. So, für was sind wir jetzt 13 Stockwerke hier hingegangen? Jetzt muss das Pay-Off aber unglaublich sein. Das ist absolut falsch. Hä? Warum haben wir nicht geschehen? Wie war das, Ruze? Hier ist der dritte Punkt. Wenn der Hyoma nicht so lebt, dann ist das nicht so lebt. Wieso? Wir haben jetzt zwei Gegner. Wieso? 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 Wer hat denn damit? Aber ich habe ja mal mit zwei Gegner. Es ist denn so, ich bin enorm, wenn ich bin. Wir sind das nicht. Ich bin's, es macht mir nicht, dass wir uns tutaj brauchen. Ich bin's, hör auf mich zu mir. Oh, ich bin's. Aber genau so. Das ist ja elke. Oh, ich bin's. Es ist wirklich... Und das ist wirklich ein AAA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-As. also wir hatten ja was 100.000 und du bist level und schwächt gegen normale angst zum glück habe ich focus 8000 aber das nicht so viel anders gab der wach von mir dann hier mit dem kopf einer ziege und gleich zwei davon können wir wirklich siegen woher weißt du dann aber wenn wir es werden schwarzes damit auch wenn du tatsächlich im sterben nichts dann schaut auf den sieg haben willst musst du in den kampf gehen als wolltest du wirklich ich kann jetzt hier echt nicht leiden das ist auch schon wieder so eine sache ich habe schon viel früher gesagt oder dass mich meine mühste gerade machen verdammt ich rede damit der mystik art nicht hin das gibt es einfach nicht man sich bei armatisieren fragt natürlich wer ist es ja am schwächsten mehr reinhauen als du haben sonst erwähnt im team haben der boss ist bis jetzt einfach ja vorher wäre vielleicht nicht so gute idee ich bin noch auch gott 2000 so wir wollen eine stärke mit dem wind also meine angeblich effektiv dachte dienstwer effektiv stich du musst es doch voll effektiv ging das zu sein man macht natürlich fertig zur welt wenn er unglaublich abwehr das ist einfach ich weiß nicht zwei wenn ich gegen zwei kämpfen musste dann er hat bestimmt nervig gewesen aber bis jetzt ist einfach das ist jetzt das gleiche naja doch mit angriff weiter Sie ist die Borside, oder? Ich bin so ein Mensch. Rose, ich bin nicht so weit. Ich werde mich unbedingt an den Schlamm. Dann bleibst du dich. Du bist so schade. Ich bin so ein Mensch. Rose! 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 Ich bin so ein... Ich bin so ein... Ich bin so ein Mensch. Ich bin so ein Mensch. Ich bin so ein Mensch. Was? Du bist... N-n-n-n-n-n! Es gibt Zeit. Was? Sie sehen sich gut. Sie waren mit der Kraft. N-n-n-n! Sie sind fertig. Sie werden nicht wiederholfen. Sie werden wiederholfen. Sie sind fertig. Sie sind fertig. Sie sind fertig. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Sie waren für Alicia. Sie waren auf mich für einen guten Abend. Sie waren alle durchführen. Sie waren auf das ganze Schmuck. Sie sind ungefähr ein Kerouchen. Sie sind die Torn. Sie sind ein Kerouchen. Sie sind bereit, Alicia. Sie sind wieder Bhirate. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020